willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem gesammelten shadowlands berufsvideo dragonflight berufsvideo nicht shadowlands wir gucken uns heute news aus dem neuen alpha bild an zum thema berufe in dragonflight und da haben wir einiges zum einen neue sockelplätze die wir selber auf items packen können wir haben zusätzliches transmog sage ich jetzt mal für berufe da hat man ja schon ein video zu gemacht was da so alles kommt bzw kommt das am wochenende das gehen wir auch noch mal drauf genauer ein und wir haben neue models für food etc pp schauen wir uns jetzt alles an dieser stelle an ich würde sagen wir starten auch ohne umschweife direkt rein thema nummer eins ist ihr seht es bereits die sockelplätze die uns erwarten und das ist ziemlich cool es gibt ein neues item hier tiered medallion setting add one socket to an endgame dragonflight necklace necklace can have up to three sockets also es gibt ein neues item das könnt ihr auf einen hals packen auf einer halskette und die fügt einen sockelplatz dazu items können bis zu drei sockelplätze tragen also halsketten und dementsprechend könnt ihr auf diese kette dann im endeffekt drei sockelplätze knallen das finde ich persönlich ziemlich ziemlich cool die reagentien stehen hier noch nicht so komplett fest ihr könnt auch optionale reagentien rein machen die aber noch keinen namen haben dementsprechend erstmal abwarten aber wir können wieder ohne dass wir irgendwelche extra ressourcen brauchen oder beim händler zu farmen sockelplätze irgendwo draufhauen das finde ich ziemlich cool mal gucken ob das noch für andere items kommt ich würde es mir wünschen ich war eigentlich immer großer fan dieser ganzen sockel geschichten weil weiß nicht du kannst ja damit halt noch mal ein bisschen extra stats auf die items packen wrath of the lich king oder so hat er glaube ich fast jedes item sockelplätze ich fand das eigentlich ganz cool schade dass das so nicht mehr drin ist dann feast and food also festmähler und essen es gibt natürlich wieder neue models für die festmähler und so weiter und so fort und hier sehen wir mehrere mäler das ganze sieht tatsächlich sehr sehr interessant aus und es ist überraschend viel auch wenn wir uns das mal angucken also das könnte so ein bisschen was sein wie dieser neue kessel aktuell diese stein topf suppe oder wie sie heißt wo die leute mats rein knallen sieht aber optisch sehr sehr ansprechend aus hier ein gekochtes mal mit fisch und fleisch dann haben wir hier noch mal ein töpfchen mit suppe oder das ist das äquivalent zum aktuellen topf dann hier das geht mehr in die richtung salat mit fleisch so wie es aussieht hier ein spiegelei mit knochen drin interessant ein fleisch und gemüsespieß immer gespannt wo das alles eingesetzt wird weil eigentlich haben ja nicht so viele foods visual effekt eigentlich nur die festmähler aber mal schauen hier mehr spießchen dann haben wir hier einen neuen krug zum biertrinken oder sonstigen getränken ein was aussieht wie ein hähnchenschenkel mit schweinebraten rippchen das sieht eklig aus da gehen wir gar nicht näher drauf ein das sieht aus wie eine drachenfrucht hier auch ein obst teller auch sehr ansprechend angerichtet dass das jetzt sein soll kann ach das könnte eine kochstelle sein eine neue die sieht aber auch irgendwie ganz cool aus mit diesem blasebalk zum anfächern ganz lustig hier noch mal der topf 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 über feuer braten rippchen whatever also auf jeden fall viele viele models bin mal gespannt es ist aber auch möglich das steht hier auch drin dass viele davon als dekorative objekte eingesetzt werden aber schön dass man da mal ein paar bisschen detailliertere sachen bekommt ich weiß es sind nur kleinigkeiten aber das kann schon viel dazu beitragen die welt lebendiger wirken zu lassen dann haben wir alchemie wie schon mal erwähnt gibt es ja wenn ihr einen beruf ausführt zukünftig ein spezielles transmog oder outfit in das sich euer char dann wirft wenn ihr am herstellen seid und hier haben wir die klamotten für alchemie da gibt es einmal ein hütchen mit einem kräuterstängel dran und einer brille vorne noch mal in einer anderen farbe dazu eine interessante robe was total dämlich aussieht muss ich an der stelle mal sagen sind halt hier vorne diese fläschchen ich weiß nicht also ich deute das so dass es den eindruck haben soll als würde der char vorne da fläschchen drin haben was zur alchemie passt aber nicht wenn du dasselbe model verwendest wie bei fast allen roben das einfach nur glatt ist und keinerlei textur hat die müssten ja wenn schon ein bisschen nach vorne stehen aber gut anderes thema dann haben wir hier dasselbe noch mal in grün und das ist der stab den man dabei trägt ja eine kleine spielerei ich habe ja schon in dem bergbau video gesagt ich hoffe dass man das an und ausschalten kann je nach gusto weil ich weiß nicht ob ich das jedes mal sehen muss möchte wie auch immer für angler da finde ich schon beispiel cooler wer angeln geht muss so ein passendes outfit haben ich kenne zwar keine das gerne macht aber warum nicht ja ihr bekommt natürlich eine angelrote die sieht hier sehr op aus also das ist ja ein riesen prügel mit technischer gerätschaft vorne dran not bad das ganze noch mal in einem anderen farbton und ihr habt natürlich ein cooles fischer hütchen fischer hut muss sein hier haben wir das gute stück im blau oder so noch köder dran und so weiter und so fort beziehungsweise angelhaken hier in grün das ist die angelrote und da das model 2 also alles in allem es gibt ein bisschen was neues für die berufe jetzt alles spielerisch nicht so super relevant aber ich sag mal so besser weiß ich es sind manchmal auch die kleinen dinge die ein mmo lebhafter wirken lassen können damit dank fürs zusehen schreibt mir sehr gerne in die kommentare wie findet ihr die bisher gezeigten änderungen was gefällt euch am besten und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und rein gehauen